Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video und zu einem kurzen Update zum Trade Republic Tagesgeldkonto. Denn Trade Republic hat aktuell die Zinsen gesenkt. Nach dem EZB-Entscheid, den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte zu senken, verringert hier auch eben Trade Republic ihr Tagesgeld um 0,25 Prozentpunkte. Der Nachteil, der eben bei Trade Republic gilt, ist, dass sie den Leitzins der EZB direkt an die Kunden weitergeben. Bedeutet, durch den EZB-Zinsentscheid, das Ganze um 0,25 Prozentpunkte zu senken, hat das ganze Trade Republic auch direkt an die Kunden weitergegeben. Der Nachteil ist hier eben, wenn wir ein anderes Tagesgeldkonto hätten, wo eben eine gewisse Zinsbindung vorhanden ist, wäre dies nicht passiert. Das bedeutet, wir haben hier den Nachteil, dass Trade Republic direkt diesen Zinsentscheid und diese Senkung der Zinsen an die Kunden weitergibt. Dennoch muss ich sagen, ist es weiterhin mit einer der besten Anbieter auf dem Markt, weil Zinsen von 3,5 Prozent findet man tatsächlich sonst bei fast keiner anderen Bank. Und man muss natürlich auch einfach sagen, dass die Zinsen direkt an den Kunden weitergegeben werden. Das heißt, Trade Republic macht an sich mit diesem Tagesgeldkonto keinen einzigen Cent an Marge. Denn im Normalfall läuft es eigentlich so, dass die Bank ein Leitzins von 3,75 Prozent bekommt, aber den Kunden davon vielleicht ein bis zwei Prozent Zinsen dann auf ihr Tagesgeld gibt. Bei Trade Republic ist das Ganze eben so, dass das direkt weitergegeben wird, bedeutet, wir haben hier keine Marge, die Trade Republic bekommt und wir als Kunde profitieren an sich direkt davon. Aktuell ist es natürlich jetzt ein Nachteil, dass unsere Zinsen gesenkt wurden, aber an sich dadurch, dass die Zinsen direkt auch schon am Anfang bei 4 Prozent lagen, ist dies, denke ich, nur ein kleiner Dämpfer und wird sich in der nächsten Zeit auch erstmal nicht ändern, wobei ich auch glaube, dass die Zinsen langfristig wieder etwas zurückgehen werden. Ich werde weiterhin bei Trade Republic bleiben und mein Tagesgeld dort parken. Falls ich einen besseren Anbieter finde oder es irgendwelche Änderungen gibt, werde ich euch auf jeden Fall informieren. Aber schreibt mir gerne auch in die Kommentare, was ihr davon haltet. Seid ihr ja ein Fan davon, dass ihr eine fixe Zinsbindung habt oder findet ihr es sehr gut, was Trade Republic hier aktuell macht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! Ciao!